Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Es wird dunkel in einem kleinen Dorf, umgeben von einem düsteren Wald. Und kurioserweise sitzen nur noch drei Mitglieder der kleinen Gemeinde am Lagerfeuer und rätseln, wer von ihnen der Werwolf ist. Das ist einmal die Seherin Schlogger, hallo. Psch, hallo, ich werde gleich herausfinden, wer der Werwolf ist. Sprecht nur weiter. Es ist außerdem der Sündenbox, du, hallo. Hallo, ist man ab acht Brusthaaren ein Werwolf oder ab neun? Und ich habe mir natürlich die beste Rolle ausgesucht, der Jäger Johannes. Es hat überhaupt nichts mit den Anfangsbuchstaben unserer Namen gemein gehabt. Servus, hallo, das klingt auch sehr verdächtig. Jäger und Werwolf, Brusthaare, ich bin gespannt. Ihr habt es schon angedeutet, wir reden über die Netflix-Produktion Die Werwölfe von Düsterwald, die seit dem 23. Oktober auf Netflix zu finden ist, kurioserweise. Ich dachte immer, Netflix-Filme starten an einem Freitag, dann ist letzte Woche aber ein Actionfilm an einem Donnerstag gestartet und heute startet ein Film an einem Mittwoch. Ich bin also völlig verwirrt. Was ist da los? Das machen die absichtlich, um herauszufinden, damit wir rätseln, welcher Film von denen der Werwolf ist. Also ich bin ja alt und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo es wirklich so war, dass die großen Netflix-Filme wirklich an einem Freitag immer rausgekommen sind. Aber seit ungefähr, ich würde sagen, ein, zwei Jahren, so nach Corona, haben sie wirklich angefangen, auch mal so mitten in der Woche so mal montags oder mal Mittwochsachen rauszubringen. Und ich finde das auch irgendwie, also das stört meinen Ordnungssinn. Doch. Vielleicht ist es aber auch einfach, um uns zu verwirren, weil das passt ja zum Film, die Werwürfe von Düsterwald oder, um hier auch die Letterboxd-Community abzuholen, auf Letterboxd ist der internationale Titel Family Pack und der Originaltitel ist Loop Garou. Das basiert auf dem gleichnamigen Gesellschaftsspiel. Das ist ein Social-Deduction-Spiel. Also es geht darum, dass wir geheime Rollen haben. Man muss herausfinden, wer die Werwürfe sind. Und ich habe mal geguckt, theoretisch könnte man fast sagen, das ist nicht der erste Film, der auf dem Spiel basiert. Weil in dem, ich sag mal, Teenie-Slasher aus den 2000ern, Crywolf, wird auch so eine Art Lügenspiel gespielt. Und vor zwei oder drei Jahren ist Werewolves Within veröffentlicht worden. Ein Film, der auf dem gleichnamigen Videospiel basiert. Und Überraschung, das Videospiel basiert auf dem gleichnamigen Gesellschaftsspiel. Jetzt in die Frage, Stu Schlogger, habt ihr denn schon mal Werwürfe gespielt? Ja, wir haben sogar schon mal zusammen Werwürfe gespielt. Das ist gar nicht so lange her. Ja, und Stu war so ein dreckiger Werwürf, der mich umbringen wollte. Aber weil er sich so dilettantisch verhalten hat, wusste jeder sofort, dass er der Werwürf ist. Ich habe mich für dich geopfert. Genau, jetzt stell es so hin. Ich muss zugeben, ich habe es schon zwei, dreimal gespielt und ich war beim letzten Mal nicht besonders gut, gebe ich Schlogger. Aber ich hatte auch schon wirklich Spielsessions, die länger angehalten haben als wie zuletzt drei Minuten. Ja, ich habe das auch schon öfter gespielt, auch schon mit riesig großen Runden. Ich mache auch gern Spielleiter, weil man dann gleich die ganzen Neugier befriedigt hat und es macht auch Spaß, da die Atmosphäre irgendwie reinzubringen. Johannes, wie ist es bei dir? Kanntest du Werwürfe vorher? Hast du es schon mal gespielt? Ich habe das natürlich auch gespielt. Ich bin allgemein großer, passionierter Brettspieler. Ich habe sogar, Achtung, das sage ich jetzt in einem Filmpodcast, ich habe mehr Brettspiele zu Hause als Filme auf Disc. Ich habe, jetzt sage ich es auch in einem Filmpodcast, ich habe überhaupt gar keine Filme und nur Brettspiele, weil ich kein Abspielgerät bin. Bin ich hier gelandet? Ja, du, du hast dich hier in den Gesellschaftsspielcast reingesneakt, reingesneakt. Okay, also pass auf, ich habe, also für einen Filmfan, sage ich mal, relativ wenig haptische Disc da, einfach nur, weil ich nicht sammle, sondern einfach nur die Filme auf Disc haben möchte, die ich wirklich großartig finde. Und was Spiele angeht, ist, ich habe hier irgendwo noch Uno rumliegen und das war's. Und einen Würfel. Oh doch, doch, warte, ich habe noch Kratze, ganz Humanity. Aber das habe ich irgendjemandem ausgeliehen und ich weiß nicht wem. So, das ist meine Spielebibliothek. Und mein Lieber Stu, wird Family Pack oder hier, du wärst du von Düsterwald, der kommt bestimmt auch bald in deine Sammlung, oder? Ach, weißt du, das ist ja ein Netflix-Film und der kommt hier dann einfach nicht haptisch raus. Das ist natürlich sehr, sehr schade und deswegen fürchte ich, wird dieses Meisterwerk der Komödie nicht in meine Sammlung. kommen können und das betrübt mich sehr. Ich will ehrlich sein, das betrübt mich wirklich sehr. Es ist der perfekte Übergang. Wir wollen jetzt zum Film kommen und Schlogger, hol doch mal alle ab, die keine Ahnung vom Spiel haben und vielleicht den Trailer noch nicht gesehen haben. Worum geht's im Film? Okay, dann erst kurz das Spiel. Du hattest es ja schon angedeutet. Man kriegt verdeckt Rollen zugeordnet. Die Hauptrollen sind Dorfbewohner und Werwölfe und muss dann durch Dialoge rausfinden, wer denn Werwolf und wer Dorfbewohner ist. Und es gibt immer eine Nachtphase und eine Tagphase. In der Nachtphase machen alle die Augen zu, nur die Werwölfe dürfen ihre Augen aufmachen und lautlos sich für einen entscheiden, den sie umbringen. Und so stirbt dann halt immer nach und nach jemand. Und am Tag dürfen die Dorfbewohner, beziehungsweise alle, weil wir wissen ja nicht, wer Werwolf ist, entscheiden, wen sie umbringen. Und hoffen natürlich aus Sicht der Dorfbewohner, dass es ein Werwolf war. Es gibt noch viel mehr Rollen. Und da komme ich jetzt auch direkt zum Film. Denn das ist ein französischer Film mit Jean Reno. Das ist der einzig große, den ich kannte von denen. Und wird eine Familie, die Geschichte einer Familie zeigen, die ein Brettspiel von den Werwölfen hat, so ähnlich wie Jumanji, und dann in die Welt des Spiels eingesaugt wird. Und das Spiel zu Ende spielen muss, um es wieder verlassen zu können. Und hier hat auch jedes Familienmitglied eine besondere Rolle. Damit das Spiel mehr Spaß macht, gibt es noch so Rollen wie der Jäger. Der Jäger darf, wenn er selbst umgebracht wird, darf er noch jemand anderen mit umbringen, weil aus Versehen sein Gewehr losgeht. Dann gibt es so Rollen wie die Seherin. Die kann, was kann die Seherin eigentlich? Die kann sich Karten anzeigen lassen. Also die Rollen von Leuten nachts. Dann gibt es so Rollen wie das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen darf nachts blinzeln, um zu gucken, ob sie entdeckt, wer Werwölfe ist. Aber wenn sie es zu offensichtlich macht, bringen die Werwölfe sie natürlich direkt um. Und was haben wir noch für Rollen? Es gibt noch so Rollen wie, keine Ahnung, die Hexe. Die hat einen Trank, mit dem sie jemanden zum Leben wieder erwecken kann. Und einen Gifttrank, mit dem sie jemanden umbringen kann. Es gibt noch Amor. Amor darf zwei Leute aussuchen, die sich verlieben. Und im Worst Case ist das ein Dorfbewohner und ein Werwölf. Denn bei den Verliebten ist es so, wenn einer umgebracht wird, dann stirbt der andere automatisch mit. Und es gibt noch die Rolle Dieb. Der Dieb kriegt am Anfang zwei Rollen zur Auswahl und darf sich dann aussuchen, welche der beiden er gerne spielen möchte. Und das sind auch die Rollen, die wir hier in diesem Film präsentiert kriegen. Wie der Film das macht, da sprechen wir jetzt gleich sicher noch drüber. Und das ist so die grobe Regelzusammenfassung. Sehr schön. Dann, ich bin gerade überlegen, starten wir doch einfach mal so ein bisschen. Es ist eine französische Komödie. Französische Komödien sind ja immer noch in, auch wenn die Hochphase vielleicht so ein bisschen dahin ist. Stu, wie hat dir denn, ja, dieser Komödienanteil von Die Werwölfe im Düsterwald von Düsterwald gefallen? Ich finde es okay, dass sie den Anlass gewählt haben, eine Komödie zu machen. Das finde ich absolut legitim, okay. Und ich bin jetzt kein Regisseur, aber ich glaube, ich hätte es ähnlich gemacht. Weil dieses Spiel hier auch durchaus was Amüsantes hat, dass man dann versuchen kann, auf die Leinwand oder in diesem Falle halt auf den Streamingdienst zu übertragen. Das Problem ist mehr die Art der Komik. Ich finde diesen Film nichtgehend komisch. Ich finde ihn eher anstrengend in seiner Komik als alles andere. Ging dir das ähnlich, Schlöcker? Also, der hat manchmal so eine Albernheit dabei gehabt. Es gab durchaus ein paar Gags, die haben gezündet bei mir. Das sind meistens so Dialog-Gags, weniger die Slapstick-Gags, obwohl ich glaube, dass zumindest mit diesem, es gibt so eine Stelle, wo einem Pfeil dauernd rein- und rausgezogen wird. Vielleicht holt man da noch ein paar Monty-Python-Fans ab. Aber es gab da Witze, da dachte ich nur, oh Gott, wie peinlich. Und das ist super albern. Auch direkt zum Beispiel das Ende. Das finde ich total bescheuert. Aber es gab durchaus Dialog-Gags, wo ich auch lachen musste. Also an einer Stelle wird einem zum Beispiel der Axtkopf wegfliegen und dann sagt er, ja okay, ist halt eine alte Axt, sowas passiert doch mal. Hast du denn ein Ersatzschwert? Sagt der andere, ja natürlich am Ersatzschwert. Ja okay, schön für dich. Und das waren irgendwie so lapidare Dialoge, die so aus dem Nichts kamen. Die fand ich irgendwie ganz witzig. Ich bin da glaube ich so ein bisschen zwischen euch. Also schlugger die Szene mit dem Pfeil. Ich musste super lachen. Ich fand das super lustig. Ansonsten, ich fand ihn auch irgendwie nicht sonderlich lustig. Was für mich aber ganz gut funktioniert hat, war diese Dynamik zwischen der Familie. Also es ist natürlich irgendwie eine, es ist keine klassische Familie, es ist so eine moderne Patchwork-Familie, die aber natürlich ihre Probleme haben und alle nicht. Keine Ahnung, der Vater versteht nicht, dass die Tochter Influencerin ist etc. pp. Und die fand ich irgendwie ganz charmant. Aber ansonsten, ich muss auch sagen, wirklich lustig fand ich den in den seltensten Fällen. Stuvie, wie fandest du denn die Familiendynamik? Gerade Jean Reno, ein Urgestein des französischen, aber natürlich auch internationalen Kinos mitspielt. Ja, also wenn es einen Grund für mich gab, diesen Film zu gucken, war es definitiv Jean Reno. Und dann erst, dass es eine, in Anführungszeichen, Verfilmung des Spiels ist. Ähm, ansonsten, ich kann doch den Frank Dubois, der seinen Sohn spielt. Ähm, ansonsten waren mir alle Darsteller fremd. Und ich sag's ehrlich, die meiste Zeit, wenn Jean Reno da durch die Gegend tapste, dachte ich mir so, ah ja gut, er ist wenigstens nicht arbeitslos. Also das, damit hab ich mich ein bisschen aufgeheitert, weil ansonsten fand ich den diesbezüglich auch eher schwach auf der Brust, den Film. Also die Darsteller haben mir persönlich nichts gegeben. Und das liegt auch, glaub ich, eher nicht an ihnen, sondern wirklich mehr an dem Drehbuch, was ich für teilweise ziemlich katastrophal halte. Ging dir das ähnlich, Schlocker? Ja, also ich musste erstmal reinsteigen. Ich bin ja voll im Patchwork-Thema drin, weil ich selber auch so eine Art Patchwork führe. Übrigens, die offizielle Definition von Patchwork, ich kann ja Wissen reinsneaken, ist, dass man fremde Kinder mitbringt und aber auch ein gemeinsames Kind hat. Das ist zumindest die offizielle Definition und hier ist das auch so und ich hab am Anfang gar nicht verstanden, wer ist von wem das Kind, obwohl sie es ja sehr offensichtlich immer sagen, okay, das ist dein Sohn, okay, das ist meine Tochter, was ich wirklich nicht sehr klug finde, so eine Familienkonstellation für die Kinder so auseinanderzuschneiden. Und ich war auch total irritiert, dass Jean Reno der Vater von Gilbert ist, weil die zwei sind zwar 15 Jahre auseinander, aber trotzdem wirkten die ähnlich alt teilweise und da musste ich auch erstmal reinkommen. Und Jean Reno spielt ja jemanden, der demenzerkrankt ist und dafür wirkt er mir auch nicht alt genug, was ja sehr gut für ihn ist, weil er ist ja, er ist glaube ich 48 geboren oder so, also er ist nicht mehr der Jüngste, aber er wirkt trotzdem irgendwie fit und dadurch kam ich ganz schwer in irgendeine Art von Glaubwürdigkeit rein bei den Rollen und die Dynamik war okay, weil ich es ganz süß fand, wie sie versucht haben zu erklären, warum die Rollen, die sie dann im Werbeauspiel kriegen, irgendwie auch im echten Leben auf die Figuren passen. Voll, also ich kann voll verstehen, dass du, also Jean Reno wirkt so ein bisschen stellenweise so, als hätte er keinen Bock, aber ich finde das passt zu der Rolle dieses irgendwie abgeklärten Opas, dass der halt stellenweise dement ist, aber dann, das kann man glaube ich so sagen, in der Welt, wenn sie dann ins Spiel hineingesogen werden, ja quasi eine klare Phase hat, das ist ja auch bei Demenz häufig so. Ich mochte tatsächlich unglaublich gerne der Mutter zusehen, weil Saison Clément kenne ich aus zwei meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Laurence Anyways und Mami von Xavier Dolan und ich verstehe mal gar nicht, wo diese Frau ist, weil die da so toll geschauspielert hat und dann spielt sie in solchen, ja sagen wir mal etwas billig produzierten Komödien mit. Und ich mochte diese ganze Familiendynamik, ich habe aber auch eine Schwäche dafür, so französische Sprache höre ich unglaublich gerne, das klingt immer so toll und dann reden die so schnell und keifen sich immer an und da habe ich immer Spaß bei. Also du hast ihn auf Französisch geguckt? Ja, genau. Ah, ich habe ihn auf Deutsch mit französischen Untertiteln geguckt, weil ich kann Französisch verstehen, vor allem wenn ich es lese so halbwegs und fand es dann ganz interessant, weil im Französischen ja auch ganz viele Wortspiele dann gemacht werden, die natürlich unübersetzbar sind. Und hier, das können wir auch direkt ansprechen, hier wird ja auch ganz viel mit Songs gemacht, die wahrscheinlich im französischen Alltag total bekanntes Liedgut sind, was, die haben es in der Produktion hier auch nicht übersetzt, also auch in der deutschen Synchro sind es dann die französischen Songs und das ist vielleicht cooler, wenn man die Songs wirklich kennt, weil ich kannte überhaupt gar keinen von denen. Ich kannte die Songs auch nicht, aber es gibt ja eine, es gibt einen zentralen Auftritt des Vaters und muss ich sagen, also ich war gehuckt, fandst du ihn auch catchy, Stu? Nein. Sorry, Johannes, ich auch nicht, ich fand es so scheiße, dass er da mit dieser Gitarre ankommt, ich fand das so, das ist diese Art von Albernheit, die mich so rausreißt, ich fand das so dämlich, dass sie das entschieden haben, das so zu machen. Kann ich schon verstehen, aber es wird ja immer aufgegriffen, also offensichtlich in der Zeit, Minnesänger ist der heiße Scheiß, also es gibt dann immer wieder Szenen, wenn so Damen aus dem Dorf ganz begeistert sind von Jerome, weil er ist ja der Barde quasi oder wird so dargestellt, will das verkaufen sie sich, das fand ich schon, also es war jetzt nicht der Hammer, aber es hat stellenweise funktioniert. Nein, das Lied an sich ist okay und es passt ja auch vom Text her zur Situation, aber die Art, wie er sich da hinstellt und dann holt er diese Gitarre raus und dann holen alle diese Flaggen raus, das fand ich total dämlich. Ja, das ist sehr platt, das stimmt schon. Wie ist es denn also, ich habe erfahren, die haben gedreht in Tschechien, glaube ich, wo früher auch eine Mittelalter-Serie gedreht wurde. Wie fandet ihr denn die Kulissen, also ich glaube, wo man sagen kann, was ganz fantastisch aussah, das Brettspiel, das ist halt so eine Holzversion, die es garantiert nicht in echt gibt und wenn es sie in echt geben würde, würde sie mehrere hundert Euro kosten wahrscheinlich, aber das sieht natürlich großartig aus. Stu, wie fandst du denn die Kulissen des Mittelalters, wie wurde das eingefangen für dich? Es sah halt alles mir einfach viel zu künstlich aus. Es sah für mich teilweise immer so aus, gut, die sagen jetzt cut, räum ein bisschen auf und dann darf der Mittelalter-Markt wieder auf das Gelände. So sah es für mich aus. Also es hatte für mich jetzt nicht wirklich, also es hatte auch nicht den Anspruch, natürlich authentisch zu wirken, aber mir war es einfach zu artifiziell. Es wirkte, wie gesagt, alles zu unecht für meinen Geschmack. Ja, aber das liegt ja nicht an der Kulisse, oder? Weil direkt, wie sieht das Schloss, fand ich sehr cool aus und auch, wie die da angezogen waren, das ist doch alles so eine Beleuchtung und so eine Farbgebungssache, oder? Dass es einfach zu bunt und zu clean aussah. Ich sehe das ähnlich. Ich finde, einige der Kulissen sind durchaus aufwendig, aber es sieht alles so aus. Also ich musste, in meiner Erinnerung, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen, aber immer an diese Kika- oder ARD-Sonntagsmärchen denken. Die sahen ja auch, also ich finde, man sieht, der Film ist nicht aufwendig produziert. Die haben da gedreht, dann haben sie da ein paar Special Effects drüber gemacht, die auf jeden Fall mehr schlecht als recht aussehen. Und es sieht alles aus, also es ist halt kein hochwertiges Fancy-Ding oder keine große Netflix-Produktion, sondern einfach eine Familienkomödie, die in so einem leicht Fantasy-angehauchten Mittelalter spielt und halt auch so aussieht. Ja, leider. Also ich kann so viel sagen, das Einzige, was ich halt ganz stimmungsvoll fand, war, wenn du das erste Mal wirklich halt siehst, wenn abends oder nachts diese Wehrwölfe durch die Stadt stromen. Das fand ich tatsächlich, auch wenn es auch sehr artifiziell aussah, aber das war so der Moment, der mich stimmungsvoll zumindest bekommen hat. Kann ich nachvollziehen, auch wenn das ja relativ simple Kostüme sind. Es ist halt wirklich ein sehr klassisches Wehrwolf-Kostüm und dann leuchten noch die Augen. Bei leuchtenden Augen hast du mich. Leuchtende Augen gehen immer. Ich fand die aber gar nicht so scheiße. Also am Anfang, als wir so eingeführt werden und diese Schatten sehen, das sah doof aus, aber die Wehrwölfe an sich, da kam ich mit klar tatsächlich. Ja, ich finde auch im Kontext des Films finde ich das alles in Ordnung. Also zum Beispiel, ich habe mich bei der The Witcher-Serie mehr drüber aufgeregt, dass die zum Teil war sehr richtig billig aussah. Also ich finde, hier zum Beispiel, man sieht ja, die haben an echten Sets gedreht und da waren ja richtig viele Statistinnen zum Teil am Set. Das ist ja gar nicht, also ne, wenn man an andere, vielleicht Star Wars oder Marvel-Serien hinguckt, wo dann im Volume gedreht wird und zwei Leute am Set stehen, das ist hier schon größer. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht noch, wir haben ja, ne, wir haben alle das Spiel gespielt. Bei dem Spiel geht es ja ganz viel darum, können wir den anderen vertrauen? Es geht irgendwie so ein bisschen um Paranoia. Würdet ihr sagen, das wird in dem Film rübergebracht? Soll ich? Ich fange mal an. Nein. Also diese Grundidee des Spiels, dass man so Dialoge führt und ich weiß, wer Werwolf ist oder wer welche Rolle hat, also nicht wer Werwolf ist und die Dialoge, die kommt überhaupt nicht rüber. Und auch dieses ganze, nachts machen alle die Augen zu, ist nicht richtig. Und dann wird es ja auch so sein, dass einer aus der Familie tatsächlich ein Werwolf ist und der Gag des Spiels ist ja, dass alle Werwölfe wissen, wer ein Werwolf ist. Und das ist ja auch nicht so. Also es ist, die Logik des Spiels wird da nicht ganz eins zu eins übernommen und dieses Grundthema des Dialogs und irgendwie, dass es, keine Ahnung, ein Kammerspiel ist und sie versuchen sich durch Redewendungen oder irgendwas zu, äh, herauszufinden, wer wer ist, das ist auch nicht umgesetzt. Es ist halt als eher actionreichere Komödie umgesetzt und jetzt komme ich zum Positiven. Was die aber gut machen von der Spannung her, Johannes, das war ja deine Frage, ist das mit den Rollen. Also ich finde, das haben sie smart gemacht, dass man hört zwar am Anfang kurz, wer welche Rolle hat, frage ich mich auch, warum sie das gemacht haben, hatte ich leider sofort vergessen und war deswegen schon ein bisschen gespannt, wer jetzt nochmal welche Rolle hatte. Und es war auch total smart gelöst, dass es in der Welt, in der der Film spielt, ist das Werwolfspiel nicht bekannt anscheinend oder zumindest in der Familie. Das heißt, die wissen gar nicht genau, welche Rolle was kann und wie das Spiel Werwölfe eigentlich funktioniert. Und wir als Zuschauer müssen dann mit der Familie herausfinden, was sie eigentlich können. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Twist, um das so ein bisschen spannender zu machen. Was sagst du es du? Ich hatte tatsächlich teilweise echt meine Probleme damit. Ich glaube, heruntergebrochen kann man ja die Werwölfe von Düstertal, also das Spiel, als Houdanetspiel bezeichnen. Und es hätte mir, glaube ich, wirklich ausgereicht, wenn man ganz viele Elemente einfach hätte sein lassen können oder sie organischer implementiert hätte. Alleine, dass es irgendwann diesen Moment gibt, wo die Familienmitglieder registrieren, hey, warte mal, warum kann ich eigentlich das? Ja, denn du bist diese Rolle. Ach was, das hätte ich ja nicht gedacht. Fand ich wirklich anstrengend. Allgemein auch dieser ganze Fantasy-Approach, dass halt eben, du hast es schon gesagt, so a la Jumanji, sie in diese Welt hineingezogen wurden. Ich glaube, mir hätte es wirklich komplett gereicht, wenn das ein Film gewesen wäre, der diese Houdanet-Dynamik mit Werwölfen ins Mittelalter verlegt hätte, ohne dieses ganze Zeitreise-Ding, ohne dieses ganze Familiending. Ich glaube, das hätte mir wesentlich mehr gefallen, weil so war dieser Spannungseffekt, diese Spannungsfrage, wer ist jetzt Werwolf oder wer ist kein Werwolf, war irgendwann für mich in diesem Film komplett irrelevant. Weil es halt letztlich nur noch darum ging, diese Familiendynamik in den Fokus zu stellen und das alles dann zu versehen mit einem Humor, ich erwähnte das schon, den ich halt mehr anstrengend als amüsant finde. Ja, aber das ist doch das Spannende mit diesem, wer welche Rolle hat dann umgesetzt. Ja, aber dann mach es halt eleganter, aber nicht dieses, dass sie wirklich im Kreis stehen, in diesem Wohnzimmer, wo immer das war und dann hast du wirklich diesen Exposition-Dampf und wegen, ja, das hätte ich ja gedacht, dass du das bist. Ja, guck mal, was ich kann. Ja, weil du bist ja so und so. Das war mir ehrlich gesagt zu billig. Das war einfach nicht meins. Ja, da finde ich es halt schwierig herauszufinden, wer ist denn die Zielgruppe von dem Film? Ist die Zielgruppe, sind es die Leute, die das Spiel kennen und da halt die Regeln auch kennen und dahin nicht so viel erklärt bekommen müssen? Für mich als Kenner des Spiels war es zum Beispiel total klar, welche Rolle die Mutter hat, obwohl es ja im Film so ein Geheimnis ist und dadurch war mir auch klar, was am Ende passieren wird. Und oder ist die Zielgruppe die Leute auch, die das Spiel nicht kennen und funktioniert der Film für die dann, weil auf der einen Seite erklärt er total viel, auf der anderen Seite erklärt er nicht genug. Und da bin ich mir nicht ganz bewusst, ob er da seine Zielgruppe, welche auch immer die dann ist, gut abholt. Ich glaube halt einfach, dass es dem Film gut getan hätte, wenn er so ein paar Sachen, auch wenn sie zum Spiel einfach dazugehören, einfach hätte sein lassen oder irgendwie anders implementiert hätte. Ich für meinen Teil, das ist wie gesagt nur meine Meinung nach, hätte es absolut vertragen können, wenn da nicht alle Rollen aus dem Spiel mit drin gewesen wären. Oder wenn man andere Sachen rausgelassen oder leicht verändert hätte. Das wäre mir, glaube ich, egal gewesen. Denn ich glaube, dass es möglich gewesen wäre, einen Film zu entwerfen aus diesem Spiel, der zwei Faktoren bedient. Nämlich einmal, dass er spannend ist und dass er zum Zweiten halt amüsant ist. Und für mich trifft beides bei Family Pack einfach nicht zu. Es ist halt, glaube ich, ein Film, der alle abholen sollen. Ich finde halt auch, es wird sehr viel auserklärt. Und das mit den Rollen fand ich durchaus auch charmant. Also wie zum Beispiel gerade die Rolle von Jean Reno oder von dem jüngeren Sohn. Ich finde, wie da mit den Rollen umgegangen wird, da hatten sie einige nette Ideen. Aber dieses, ne, sich gegenseitig nicht vertrauen. Ich meine, das ist ja eigentlich der Gag an dem Spiel. Also selbst bei den Leuten, wo du, keine Ahnung, ne, mit denen du zusammen bist, die in deiner Familie sind, die dein enger Freundeskreis sind, denen kannst du in diesem Spiel ja nicht vertrauen. Und das wird ja völlig konterkariert in dieser Verfilmung, weil es ja darum geht, diese Familie zusammen gegen andere kämpfen. Und das findet im Spiel ja nicht statt. Und das ist schon schade. Also ich meine, das kriegt jeder, also, ne, gucken wir uns die Scream-Reihe an. Weil da ist genau das immer der Fall. Du hast die Freundesgruppe und du weißt nie, ob in der Freundesgruppe jetzt einer irgendwie unter der Ghostface-Maske steht. Oder zum Beispiel, ich bin großer Fan von Bodies, Bodies, Bodies. Es gibt auch Leute, die mögen den Film nicht. Aber da ist auch diese Situation, Leute, Freundinnen sind in einem Haus eingesperrt und jemand ist tot. Und dann ist die Frage, war es, wer war es und kann ich den anderen noch vertrauen oder nicht? Ich fand es dann ganz charmant, wie auch so ein bisschen so, also, ne, es findet dann in der Burg oder in dem Dorf auch immer diese Hinrichtung statt. Und ich finde, das hatte schon auf so eine amüsante Weise, wie es ja auch im Spiel stattfindet, ne. Eine Person moderiert das dann, fragt jetzt, Leute, hier, das ist der Angeklagte, wollt ihr den umbringen? Da wird kurz diskutiert und dann sagen alle, ja, und dann wollen sie den umbringen. Das sind eher, finde ich, so Easter Eggs und Anspielungen an das Spiel, als irgendwie, dass das vernünftig umgesetzt wurde. Also diese Paradoia ist überhaupt gar nicht dargestellt. Und dann bringen sie so Elemente rein, wie diesen Mann mit dem Wolfspelz. Warum ist der denn da drin? Der taucht auf, der hat nichts mit dem Spiel zu tun, ist eigentlich auch völlig unwichtig und am Ende vergisst der Film ihn auch. Und so Elemente gibt es dann manchmal. Ach so, nee, der gehört zu dem Twist. Zu dem? Welcher Twist? Am Ende, in der Kirche findet ja ein Twist statt, der auch mit dem Spiel zusammenhängt. Und das ist der Mann mit dem Wolfspelz. Ich bin verloren. Aber ich, ja, ein Twist, ich weiß, welchen Twist du meinst, aber ich weiß nicht mehr, was der Mann mit dem Wolfspelz zu tun hat. Aber egal, also der hat... Genau, das spoilern wir nicht. Nee, genau. Genauso wie auch einer der berühmendsten Menschen der Welt in dem Film auftritt und das sehr kurios umgesetzt ist. Also die Rolle, ich mochte die Figur an sich, obwohl die war so ein McGuffin. Die hatte einfach alles da, was die Figuren gerade gebraucht haben. Und eine Figur wird ja unsichtbar sein. Und er kommt auf die glorreiche Idee, ja, dann soll die doch einfach hier in diesem Kautschukmasse baden, damit sie sich einen Hautüberzug bauen kann. Hä, wieso braucht der Film? Das fand ich total seltsam. Und dieser Typ hat ja dann auch was mit diesem, was ich schon erwähnte, total, wie ich finde, schrecklichen, übertriebenen, bescheuerten Ende zu tun. Wie fandet ihr das, dass der da auftaucht und dieses Ende? Du? Ähm, da war, das kommt für mich schon in den Brunnen gefallen. Das war irgendwie so, ja, ich nehme es so hin. Ich finde es nicht besonders geil. Aber in dem Moment war es auch so, wo ich dachte, ja komm, es ist jetzt gleich zu Ende. Du hast es jetzt fast geschafft. Entschuldigung, bevor Johannes antwortet, da kommt ja auch dieser Aspekt rein mit Zeitreise. Und das finde ich auch schon total schwachsinnig, weil auch wenn die Werbewürfe im Mittelalter spielen, ist es doch kein echter Abschnitt unserer Realität. Also selbst wenn der 1400 Schieß mich tot spielt und die werden halt im Film so Sachen ansprechen wie, ja, okay, wir sind hier in der Zeitreise. Wenn wir hier Dinge beeinflussen, dann wird das auch die Zukunft beeinflussen. Und da dachte ich, nee, das ist nicht die echte Welt, das ist einfach irgendeine Fantasy-Welt. Und deswegen war dieser Gag dann mit dieser echten Figur, war auch für mich völlig schwachsinnig. Ihr habt es jetzt im Film gehört, Werbewürfe haben im 14. Jahrhundert in Frankreich existiert. So ist es nämlich, beziehungsweise 15. Jahrhundert, ich komme da ja immer durcheinander. Ja, 15. Jahrhundert, 1497 oder so, genau. Genau, richtig. Ich fand die Figur an sich, das war ja so ein bisschen die alberne Nebenfigur. Ich finde, die hat ab und zu mal funktioniert bei den Gags, die hat mal nicht funktioniert. Den Twist am Ende, ja, keine Ahnung, es ist halt so ein Abschluss-Gag, ne? Hätte ich nicht gebraucht, ist halt völlig albern, vor allem weil die Umsetzung am Ende wirklich, also es sieht so doof aus. Das kann mir keiner erklären. Also ich finde die Idee schon irgendwie charmant, was dahinter steckt, aber es ist in der Umsetzung, naja. Okay, habt ihr noch was oder wollen wir zum Fazit kommen? Ganz kurz, wie fandet ihr denn, dass die aus der modernen Welt dann natürlich so Ideen gut mit in die Mittelalterwelt mitbringen? Also allen voran die Mutter, die ja so ein Vertritt, dass Frauen nicht geschlagen werden dürfen oder eben auch, dass die eine Tochter eine dunklere Hautfarbe hat oder dass eben eine Figur auch homosexuell ist. Wie fandet ihr, hat der Film das Gute gekriegt oder eher so raufgepresst, weil man das eben machen muss? Johannes, sag du doch mal. Achso, ja, beides. Also ich finde, einige Sachen fand ich davon ganz charmant. Also es gibt eine Szene, wo dann die Mutter mit einer Frau redet, die geschlagen wird und dann den Mann zur Rede stellen will. Das fand ich durchaus lustig. Es gibt dann andere Szenen, wo ich gedacht habe, oh, das ist halt irgendwie zu on the nose. Also es ist halt schon sehr, man merkt, das ist ein Film, der in den 2020ern jetzt gedreht wurde und solche Themen reinpackt. Ich finde, das ist immer noch besser als andere französische Komödie, die da irgendwie auf irgendwelche Ressentiments zurückgreifen oder, also, ich habe alter weißer Mann mit Jan-Joseph Liefers nicht gesehen und ich werde es auch nicht tun, aber These, der macht das nicht besser. Und ich finde, es hat den Film nicht geschadet. Okay, bist du? Ja, da kann ich mich im Großen und Ganzen meinem Vorredner anschließen. Ich fand es manchmal tatsächlich okay und manchmal war es mir auch einfach zu on the nose. Okay, dann kommen wir mal zum Fazit und ich würde sagen, wir fangen mal mit Stu an, weil Stu ja total begeistert war. Ja, ich fand den nicht gut. Ich weiß, es müsste jetzt die meisten von euch überraschen, aber ich fand den wirklich nicht gut. Hat er mich aufgeregt wie andere Komödien aus Frankreich in diesem Jahr? Nein, hat er nicht. Ich habe den ertragen. Ich fand viele Sachen, haben für mich einfach nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Und ich spiele das Spiel lieber, als dass ich mir den Film drüber angucke. Das ist, glaube ich, mein finales Fazit. Ja, also als ich das erste Mal den Trailer gesehen hatte, dachte ich, in was für einer verqueren Welt leben wir, dass dieser Film existiert. Und als er dann da war, hatte ich richtig Bock. Ich hatte Bock, mir einen richtigen Scheißfilm reinzuprügeln. Und wenn man mit dieser Erwartung rangeht, fand ich ihn tatsächlich gar nicht so scheiße, weil ich irgendwie dann doch auch positive Dinge gesehen habe. Aber die Essenz des Spiels, genau diese Paranoia, die ist eben nicht cool rübergebracht. Und ich hatte schon, es war nicht so schlecht, wie ich es erwartet hatte. Also der Film hat schon durchaus positive Sachen. Und ich glaube auch, dass ein paar Leute damit Spaß haben werden. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob es die sind, die das Spiel kennen oder eher die, die es nicht kennen. Vielleicht auch beides, wäre ja schön für den Film. Aber gut ist der Film halt auch nicht. Also er bringt diese französische Albernheit mit, die manchmal total daneben ist und die total rausreißt, dass man nicht weiß, okay, meinst du das jetzt ernst oder nicht? Deswegen bin ich ein bisschen gespalten, würde aber ganz eindeutig Stu zustimmen, dass das nicht der schlechteste französische Film ist, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber wahrscheinlich auch nicht der beste. Ich finde auch nicht, das ist kein sonderlich guter Film. Ich finde, das ist halt so eine okaye Familienkomödie, die man irgendwie an so einem Sonntagnachmittag gucken kann. Man hat irgendwie diese Familiendynamik, die ist okay, der sieht irgendwie nicht sonderlich toll aus, der hat so ein paar Gags, die funktionieren. Ich muss sagen, es gibt am Ende, die ist super plakativ, die Szene manipulativ, aber es gibt eine sehr schöne Szene zwischen dem Vater und dem Opa. Ganz am Ende, muss ich sagen, hat mich sehr abgeholt, auch wenn es schon ein bisschen auf die Tränendose gedrückt hat. Ansonsten, also ich finde halt, wenn man akzeptiert, dass es so eine relativ billige Komödie ist mit albernem Humor, kann man das halt gucken. Also ich finde halt auch, da gibt es im Streaming so viel Schlimmeres. Also es ist kein Film, wo ich mich irgendwie aggressiv drüber aufrege, außer dass man halt sagen kann, ja gut, dieses Gefühl vom Spiel wird nicht gut umgesetzt. Übrigens, wer Wehrwürfel mag, sollte Tempel des Schrecken spielen. Es ist Hot Take, meiner Meinung nach, das bessere Spiel. Boah. Jetzt hören wir mal auf, du. Ja, also hier, jetzt wird es ja ganz wild am Ende. Genau, also next time, wenn wir uns sehen, dann bringe ich das mit und dann spielen wir das und dann könnt ihr entscheiden, was ihr besser findet. Cool, ja, bin dabei. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Vor allem an dich, lieber Johannes. Wir hatten ja in unserer Vergangenheit, wenn wir Netflix-Filme besprochen haben, immer so, ja, drüber philosophiert, wie erfolgreich wird er denn? Also anders gefragt, wie lange wird er in der Top Ten bei Netflix sein? Weil wir ja die Erfahrung gemacht haben, wenn wir einen Film richtig scheiße finden bei Netflix, wird er sehr erfolgreich werden. Und ich möchte nicht sagen, dass wir Family Pack jetzt alle richtig scheiße finden. Ich finde den auch nicht richtig scheiße, aber was glaubst du, wird er ins Wehren aufsteigen wie ein Spencer Confidential, wie ein, diese eine Mark Wahlberg-Film mit Hail Barry, den wir mal, glaube ich, geguckt haben. Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also was glaubst du, auch die Frage natürlich auch an Stöcker, glaubt ihr, dass der Film groß erfolgreich wird? Werden wir in zwei, drei Jahren einen Family Pack 2 bekommen? Also in Frankreich vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie die Brettspiel- und Gesellschaftsspielkultur und die Fanbase von Werwölfe von Düsterwald in Frankreich ist. Deutschland ist ja eine große Gesellschaftsspielgesellschaft und von daher schwierig, werden die das gerade deswegen ganz viele gucken. Das ist immer, das ist wieder meine Frage mit der Zielgruppe. Und ich glaube, der wird nicht unerfolgreich, der wird so in der Mitte rumdümpeln. Aber von Deutschland aus wahrscheinlich kein zweiter Teil, aber die Franzosen hauen auch noch einen zweiten Teil raus. Wie auch immer das dann funktionieren soll. Ich kann das überhaupt nicht mehr einschätzen, weil, also es kommt ja irgendwie alles in die Top Ten. Also letzte Woche war ja hier The Shadow Strays in den Top Ten und der ist immer noch in den Top Ten, so ein ultrabrutaler indonesischer Actionfilm. Jetzt auf der Eins ist irgendwie so ein US-amerikanisches Kitsch-Drama. Also ich würde mich nicht wundern, wenn der jetzt auch auf die Eins kommt. Ich glaube, der Vorteil bei dem Film ist, der hat halt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel gekostet hat. Also der wird maximal ein paar Millionen, glaube ich, gekostet haben. Und wahrscheinlich, wenn der erfolgreich ist und der nichts gekostet hat, dann drehen wir vielleicht noch einen zweiten. Ich meine, das andere Sache ist, die anderen US-Produktionen sind ja so scheiße teuer. Also ich kann mir vorstellen, The Union allein wegen solchen Namen wie Mark Wahlberg und Halle Berry viel, viel mehr gekostet hat. Ja. Ja, okay. Also ich bewerte es immer danach, ob mir Netflix den Film vorschlägt. Und als ich ihn gestern Abend an Netflix aufgemacht habe, habe ich wirklich ein bisschen suchen müssen, bis ich diesen Film gefunden habe. Also der war bei mir nicht auf der Startseite. Nee, bei mir auch nicht. Ja, das stimmt. Genau. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Vielleicht seid ihr Teil davon, wenn ihr seit dem 23. Oktober euch die Wehrwürfe von Düsterwald oder Family Pack oder Loop Garou auf Netflix angeschaut habt. Ansonsten, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Bewertet und kommentiert den Podcast gerne, wo das geht. Schaut sehr gerne auf unserer Website vorbei und kommt natürlich gerne auf unseren Discord-Server und diskutiert dazu allen möglichen Filmen, Serien, Comics und was es sonst noch so gibt. Auch gerne natürlich, wenn ihr euch die Wehrwürfe von Düsterwald angeguckt habt und sagt, das ist der größte Murks, das ist der beste Film des Jahres oder ich schaue mir hier gar keine französischen Filme mehr an. Teilt es gerne mit und dann sage ich Ciao, Ciao und überlasse noch Schlogger und Stu die letzten Worte. Lass uns du umbringen, ich glaube, der ist ein Wehrwolf. Wer ist dafür? Ich! Ja, okay, also wie gesagt, ich habe neun Haare auf der Brust, das heißt, ich bin der Wehrwolf, aber ich werde auf jeden Fall Schlogger noch mitnehmen in den Tod. Das schulde ich euch und wünsche euch noch einen Schritt. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.